Ab sofort können sich Freizeitsportler wieder für den Heuwei-City-Lauf anmelden. Er findet in diesem Jahr am 9. September auf dem Areal rund um die Beachvolleyballanlage der Lebensräumegenossenschaft an der Straße des Friedens in Hoyerswerda statt. Insgesamt zehn verschiedene Wettkämpfe stehen auf dem Programm. Unter anderem der VBH Firmathlon, bei dem fünf Mitarbeiter jeweils zwei Kilometer für ihr Unternehmen laufen. Für Schüler wird es wieder den 2- bzw. 4-Kilometer-Lauf geben. Außerdem sind ein Windelflitzer- und Miniflitzerlauf sowie Strecken für Menschen mit Handicap vorgesehen. Der Hauptlauf beträgt 10 Kilometer. Weitere Informationen gibt es im Internet unter sportclub-heuerswerda.de-veranstaltungen.